oh nun komm schon du scheißding stupid neutral so guys so that must be the smallest youtube v-log motorcycle that youtube has ever seen so have you ever been on a bike that you outweighed by about 400% they must be thinking that the guising is crazy the guising is kinda crazy fuck me fuck me fuck me and my knees keep hitting the handlebar so yeah a very kind person that I actually met because of these bikes who are actually for my son he sold me two of them because he had two and he wanted to get rid of them whoo 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 am I glad that I'm wearing all this crap am I glad that I did it in front of the camera so yeah I bought two of them I was only gonna buy one but then I ended up buying two because he said just take both this blue one doesn't run and I went for it let me let me turn it off so this is a PW50 it is a Yamaha a Yamaha PW50 with 50cc I have no idea how many horsepower maybe one 1.2 or something it is pretty neat quite funny to ride so I have got two I can cut in some video of my son riding the other one come stop ah warte Leo langsam nochmal langsam 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 hop 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 and mainly the other one has a little thinner seat and the other one has lower handlebars Diese Handlebars sind nicht stock, und auch die Throttel ist nicht stock. Wenn du wirklich interessiert in diese Pw50-Bikes interessiert hast, ist es meistens eine Schreie, die hier ist, auf diese Zeit, dass du nicht die Throttel so viel turnierst. Wie ein 1.8 Turn, wenn du nicht. Die Kinder können nicht so far turnieren, und nicht so viel Power haben. Es gibt keine Chains auf diese Fackers, das ist großartig. Und ich... Ich habe diese Fackern so viel Geld, dass ich ein paar Geräte, um es ein bisschen zu pimpen. Ich habe ein 60cc Bore-Kitz. Das ist nur 50cc, richtig? Das Schifte... Nein, nicht Schifte. Der Kickstart ist... Die Ruppe ist broken. Ich wollte das. Ja, vielleicht brauchen ich neue Tires. Und ich habe neue Pegs, weil die anderen waren auch verletzt. Die Front ist verletzt. Ich habe ein komplett Plastik-Kitz. Ja, das ist alles für die Zukunft. So, die anderen, die Seed ist lower, und die Handlebars sind lower. Und ich gebaut, wie ein Bar, so er kann nicht fallen. Er ist 3.5 Jahre alt. Er kann nicht auf den Boden sehr gut. Er ließ zu sitzen und spielen mit der Garze ein bisschen. In den Videos, ich zeige Ihnen, er ist nicht immer noch ein Helmet, aber ich bin da, und es ist der Parking-Lot, und nichts kann passieren. Ich habe keine Angst, ihn. Ich brauche, einen sehr freundlichen und komfortablenen für ihn, um ihm Das Problem ist, dass ich diese alten, grubben, und sie haben ... drei bis sechs Jahre alt. Er ist nicht ein Drecks. Er ist nicht ein Problem. Ich habe ein Video auf Facebook, und mein Mann sagt, er ist nicht eine Helmet. Er ist nicht eine Helmet. Ich sage, das ist nicht eine Helmet. Das ist 3 bis 6 Jahre alt. Und wenn er mit 4, 4, 5 Jahre alt er hat mehr als ein Jahr, wenn er bei ihm starten ein bisschen mehr auf und ein Jahr Wenn er kann etwas wie das hier das wäre großartig. Ich werde es probieren. Es gibt noch mehr Videos mit etwas auf dem Bicke. Das ist der Bicke war. Das war Bicke war und der Bicke war nicht es war. Er hat mir gesagt, dass es war. Das war war. war. Das war war was war war war. though war 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 für die eigentliche bike, weil die PW50 Springs haben eine Leather-Mount hier. So die Top fit, aber die Bottom didn't. Let me show you, wait, die Top fit, aber die Bottom didn't. So, I just kind of made these brackets und es ist kind of leaning on that now. Und, you know, I'm, I'm what, I'm 100kg mit Gear, probably, so, yeah, it doesn't matter. I mean, I had, anyway, I posted a picture of this and people are like, oh, it doesn't work, it's crazy. I don't know why people on YouTube always have to complain so much, but it doesn't matter. I fell on my ass three times just now, which is enough. I mean, this is all good. So PW50 Mvoto Vlog, thumbs up. If you like it, share the video and I see you guys on another video.